Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Game Runde, diesmal von Mario Kart Wii. Und ja, es macht unglaublich viel Spaß. Und ich werde nicht online spielen. Vielleicht in einer anderen Game Runde, wenn wir das hier nochmal machen. Also Mario Kart Wii. Okay, ja, ansonsten machen wir Grand Prix. Wenn ich drei, wenn ich zum Beispiel jetzt fünfmal in einem Rennen letzter bin, also fünfter, vierter, sechster, siebter, achter, neunter, zehnter, ölfter, zwölfter bin, dann heißt es, dass sie automatisch vorbei ist und ich mache es natürlich so schwer, dass es unschaffbar ist. Ich spiele mit Koopa, obwohl ich eigentlich mit Knochenbrowser spielen wollte, aber echt, ich wollte. So, wir nehmen das Willy-Bike und Manuel. Dann machen wir, ist nicht so leicht, Pilzkopf ist ja ganz leicht. Dann machen wir Blood Cup. Okay. Der Blood Cup, das erste Rennen. Drei, zwei, eins, los! Oh, scheiße, ich werde es nicht schaffen. Badass. Ah! Ja, doch, ich werde es nicht mehr schaffen. Nein! Wieso bin ich elf da? Wieso bin ich zwölf da? Wieso bin ich überhaupt was? Boah, scheiße, Mann. Woh-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tra-la-la-la-la-la. Yey. Oh, Gott, Mann. Es wird mich wirklich mal von der Stuhllehne entfernen. Oh, mein Gott, die Wolke. Nein! Nein, 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 nein. Oh, fuck, Mann. Ich will hier übergeben, du Arsch. Oh. Cool, die habe ich nicht mehr. Aber egal. Oh, wieso bin ich denn hier so schlecht? so weit doch so gut in Mario Kart Wii und jetzt bin ich nur noch ein äh ja schlechter Spieler der nichts kann naaa hahaha hahaha so Bowser verschwinde friss mein Staub so und natürlich kommt ähm äh Mario Smash Football nochmal in einer Game-Runde dran das werde ich dann nochmal in einer Game-Runde zocken weil es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat oh mein Gott ja ich werde jedes Spiel in einer Game-Runde doppelt zum Beispiel jetzt noch Mario Kart Wii Mario Kart Wii Mario Kart Wii und was habe ich noch gezockt Mario Kart Wii Mario Party 7 ja das war es eigentlich so alles in einer Game-Runde gezockt habe ja dritten oder zweiten oder ersten das ist übrigens die vierte ne für die die mitdenken oh mein Gott nein 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 ich will Es 1988 sein Was war das denn das war ja poderes Glück und ich bin erster. Nein, ich will die Wiederholung nicht sehen. Die war gerade. Wenn ich die mir jetzt angesehen hätte, dann wäre das die Hölle gewesen. Okay. Drei, zwei, eins und lösch. So. Die Strecke ist eigentlich ganz cool. Ist eigentlich ganz chillig. Naja. Und bam. Ich nochmal in die Kurve legen. Oha, die Bums. Natürlich ist die Strecke auch nochmal bei Mario Kart 7. Was ich auch eigentlich ganz cool finde. Mario Kart 7 ist der Oberhammer. Von allen Mario Kart-Spielen. Was? Was habe ich da gerade gemacht? Ich wollte eigentlich darüber springen. Aber leider hat es gar nichts gebracht. Oh, ne. Nicht. Oh. Oh, war das knapp. Na, toll. Ach, doch. Ja, natürlich. Hier guck du noch der Blitz. Ey, das ist ja super. Ist ja der Oberhammer. Nein. Oh, fuck you. Scheiß Kugel Willi, Mann. Nein, Baluigi. Du bleibst schön hinten. Du bleibst schön weit hinten. Bader, bader. Spiegel verkehrt ist auch schon äußerst schwer. Ja, nur dass die Strecken andersrum sind. Komm, 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 komm. Das schaffst du noch. Oh, Tricks machen. Finde ich auch geil. Und nochmal. Und... Oh, über den Wumpf. Oh, scheiße, Mann. Nein. Oh, nicht schon wieder den Kugel Willi. I hate you. Ja, was hat dir das jetzt gebracht, Peach? Mich dreimal nach hinten zu setzen. So, jetzt reicht's. Nein, nicht den Stern. Nein. Fuck you, Bro. Fuck you, Waluigi. I hate you. Oh, die letzte Runde, das werde ich doch nicht mehr schaffen. Ich will nicht zwölfter bleiben. Was bringt mir denn drei Pilze, bitteschön? Oh, ich will lieber einen Blitz haben. Oder so einen Scheiß. Ja, was bringt mir denn ein Pilz? Der macht mich schnell an der Hund. Und Daisy lässt sich auch noch schön vom Wumpf zertrumpeln lassen. Nö, das ist ja auch normal. Und ein Kugel Willi. Komm, das haben wir noch. Das haben wir noch. Nee, das ist, glaube ich, auch schon das Ziel. Und komm, noch dritter, noch dritter werden. Noch dritter werden. Oh, die Wocke. Wocke. Die Wocke. Na, oh, fuck, das war's. Das wurde schwer, ey. Das wurde schwer. Außer... Nein. Nein. Doch, 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 doch. Fuck you, Bro. Oh, scheiße. Mann. Das heißt... Mann. Das ist... Ja. Bisschen blöd. Noch viermal und die Game-Runde ist vorbei. Ups, ich hab das mit den 3, 2, 1 vergessen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, toll. Hier kann ich nicht mal richtig dritten. Dritten ist so cool, ey. Oh, yeah, man. Was ich blöd finde, die Wolke. Und die hast du zwar schneller, aber die macht dich kleiner. Das find ich doch schon ein bisschen unfair. Und... Bei Mario Kart 7 haben sie sie rausgenommen. Also, die Wolke. Das ist doch schon mal ganz gut. Okay. So, hier. Genau, fahr rein. Rosa Junior, fahr ruhig rein. Meine Falle. Was war das? Oh. Ist der rote Panzer gerade doof gewesen? Und es ist gegen eine Wand gerollt? Dämlich. So, hier und hier. Natürlich schön in der Kurve Bananen hinmachen und Bowser Junior so dumm und fährt zweimal rein. Also zweimal in meine Bananen rein. So, hier nochmal. Oh Gott, was war das denn? Och, nö. Nee, ich will nicht wieder Vierter sein. Und wie kann eine Waluigi so schnell aufholen? Hat Luigi gerade gelacht oder geleitet? Ich glaube mal beides. Oder gelitten. Oh, danke Donkey Kong. Und ich will wieder erster. Wo kam der scheiß Koopa Panzer denn her? Was war das denn? Oh nein, ich will nicht in der Strecke Letzter sein. Auch wenn es euch Spaß macht. Ich will nicht Letzter sein. Oh Gott, wer hat diese scheiß Banane dahin geschissen? Dahin getan? Oh, Junge. Dann verpiss dich. Auch wenn es euch Spaß macht. Ich leide zu sehen, aber ich will es nicht. Und meine scheiß Bombe ist, äh, habe ich verloren. Toll. Und ich bin siebter. Siebter. Hallo? Geht's noch? Fünfter. Und ja, könnte klappen, könnte klappen. Es klappt nicht. Ich bin dritter. Komm. Gute Seite, gute Seite. Fuck you, Bro. Oder fuck you. Baby Daisy. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, Mann. Geil. Auch wenn ich jetzt sowas wie fuck oder so gesagt habe, ist mir scheißegal. Ich bin... Ich bin zweimal Erster. Juhu. Außer in der letzten Strecke, da war ich Ferdor. Oh Gott. Marius Pistol. Von der Gamecube-Version, die ich natürlich auch gezockt habe. Und ja, ich habe auch Mario Kart 64 gespielt. Und das war auch ganz gut. Und... Oh Gott. Oh, es hat sogar was genützt, die Bombe nach vorne zu werfen. Ist ja schön, aber... Ja, Gott verdammt. Waluigi. Mein Gott. So. Wie dumm kann man denn sein? Hallo? Waluigi holt auf und dann ist er wieder der Letzter. Das passt ja. Und die ganzen anderen klauen mir die Items. Und Luigi... Ja. Ich fahr noch in die Banane rein und... Bin dritter. Toll. Komm, gute Seite. Mia und... Scheiß, er hat Bananen. Und ich verliere meinen roten Panzer und lande im Gras. Und Bowser ist auch so dumm und fährt einfach in die Ketten und rein. Und ihm ist das scheißegal. Ja, ich bin der Erste. Yeah. Wahoo! War das knapp. Boah! Scheibenkleister. Was war das denn? Warte, warte, warte. Was mache ich denn? Ich will die nicht nach vorne werfen. Ich will die nach hinten schmeißen. Äh... Ja, super. Ketten... Nee, nee, nee. Kettenhund. Du kriegst mich nicht. Wenn du scheiße bist. So. Oh, alter! Machst du doch nicht wieder so sche... Äh... Bereite mir noch nicht wieder Stress oder so. Und da lag ein Pilz auf der Straße. Und komm, komm, komm. Und yeah, man! Ich hab's geschafft! Wir sind wie der Erste. Boah! Boah! Na, das ist ja... ...ne super Leistung, oder? Oh, das war's auch schon! Wie jetzt? Das war nur vier Stricken? Also, das lasse ich nicht, gell? Ich mach dann noch ein Turnier, okay? Weil, ich will dann nicht... Das ist doch zu kurz. Glückwunsch! Du hast den Blattkapp-Pokal erhalten. Äh, du hast den Pokal vom Blattkapp erhalten. Komm, machen wir noch mal. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö mit Knochenbosern ähm mit seinem Bowser-Bike natürlich manuell so nochmal die schwere Strecke nochmal die Spezial die sieht so schön schwer aus aber soweit wie ich will es ja nicht übertreiben und ja mein Wusten ist immer noch da 1 fuck ich hab's ich hab wieder nicht dran gedacht auch unzuzähl bis zu alt aber egal irgendwie fährt sich das Willi-Bike Willi-Bike äh besser als mit dem Bowser-Bike weil man damit viel besser um die Kurven kommt aber weil Bowser mein Lieblingscharakter in Mario Kart äh in Mario Kart Wii ist akzeptier ich das mal weil ich bin auch äh fuck fuck sonst auch mit dem Bowser-Bike gefahren und wow was ist denn hier los so noch ein bisschen offroaden und um die Kurve oh Gott schmeißt es nicht nach hinten Junge danke aber das beschissene an diesem Bowser-Bike ist es beschleunigt langsam also es beschleunigt so langsam und es ist immer noch dritter und und was kriegen wir an grünpanzer also super so komm her nein daneben wie kann ich denn das oh man scheiße nein doch nicht in der dritten Runde oh leck mich man du bist unfair ja toll danke oh machs doch nicht so kompliziert oh man das wird doch nicht mehr nein oh Gott verdammt kack fucking Kameramann scheiße wieso muss das denn jetzt immer wieder passieren dass meine Kack-Kamera immer runterfällt man oh das kotzt mich auch echt an dadurch wird immer also es ist wie bei Mario Galaxy 2 da so da hab ich oben meine Kamera runter gehauen und ich will diese Game Runde nicht versauen indem ich die äh in dem die Kack-Kamera immer runterfällt das will ich nicht das will ich nicht oh wieso hab ich denn keine Kamera gestellt das wäre doch viel besser und Peaches Schloss ist echt leicht auch wenn Spiegel verkehrt ist aber es ist leicht man muss nur aufpassen wo man hinfährt und natürlich die dumm Fahrer fahren in die Ketten unterweilen oh Luigi das war jetzt so sinnlos damit hast du kein Glück damit hast du dich selbst nicht glücklich gemacht dann rauch ich so so jetzt bin ich wieder erster und soll es noch bleiben und kriegen eine Banane und um und nämlich der Blau Stachypanzer der Blau fliegende Stachypanzer mein Gott was ist denn hier los nein was mache ich denn hier das ist doch das ist doch scheiße so das wird doch nicht mehr und das sollte mir in der Game Runde überhaupt gar nicht passieren dass mir die Kamera runterfällt das wäre so peinlich aber es ist geschehen und ich würde euch raten es vorzuspulen also das Video dann vorzuspulen wenn die Kamera runterfällt weil ich wollte nicht sehen wie ich dann rufe scheiß Kameraut das mit laut also spult das Video einfach vor so wie bei Super Mario Galaxy 2 wenn mir die Kamera runterfällt dann spult da einmal das Video vor ok wie ich es nicht zweimal sagen muss und ich habe es schon zweimal gesagt es ist zu spät ok das ist ja alles ok ja ok 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 dann ist ja alles super so du verpiss dich mal verpiss dich verpiss dich geht doch so kriegst mein Panzer hin hinter geschossen na doch nicht und wir haben es wir haben es geschafft erster zu werden so ich glaube mal das war jetzt der zweite das war jetzt das zweite Mal dass ich letzter gewesen bin dann noch drei Mal und das war es dann ansonsten Prozent ja was ist das dann also nach diesem was war es war es war es ist dann mit ich kann nicht mal ich kann nicht mal mehr einen Satz aussprechen ich kann nicht mal mehr einen Satz aussprechen so aufgeregt bin ich oder so nervös naja ich bin ja nie nervös aber ich bin ja jetzt auch siehste ich sei ich sehe ich sag schon Wörter die ich gar nicht sagen wollte so ein hm keine Ahnung oh Gott kannst du mal auf in ihren dauernd scheißrote Panzerhalte zu schießen das wäre sehr nett hm ich sollte mich echt mal von der Kamera entfernen sonst klopp ich ihn nochmal rund und dauert nein 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 ich will einen riesen Pilz nicht fühlen man boah das war knapp nach diesem Cup war es das was ist dann mit der Game Runde okay bisschen doof meine Aussprache also setzte auszusprechen ist schon fast unmöglich für mich waaaah wieso kriege ich denn den blauen Stachipanzer ab ich war nicht mal erster du Bob wie unfair kriegen die die sie kriegen die letzten platzierten nicht den starken panzer zu spüren oder die vier platzierten so viel besser als mich der dritter platz ist starke panzer so ein blauer starke panzer abkriegt die schon ein bisschen bescheuert nun mal das waren praktisch und das war ein fehler nein wachstier mich abzuknallen obwohl ich gar nicht erst am erlauben an das kommt jetzt echt unerwartet es gibt jetzt echt unerwartet war wo am 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 baller jetzt mal karpanzer nach hinten und ich bin schon wieder erster ist gewöhnlich und bitte seht euch meine displays an also es tut ja speziellerweise aber ich glaube dass hier die auch bewertet ok das ist ja gut nein 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 und diese die festung ist auch von der nintendo gamecube mario kart scheiße einfach mario kart double dash oh gott schnapp hier noch nicht äh die itembox weg so tschüss sogar getroffen menschen trefft was er hat mich doch gerammt ich hab den noch getroffen ja oh es wurde ich wieder abgarten kann ich auch mal nur driften oder oder nichts powerslide machen so eigentlich war ich in der luft also ja ach man ey es gibt's doch nicht oh es ist doch scheiße so jetzt komm ich mal mit dem Stern ich mach euch alle nein 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 ihr zerquetscht mich nicht oh mein gott diese kacking scheiße man wow bleib mal ruhig junger hm so so war 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 ja leck mich doch hey das ist so nicht wahr das ist nicht wahr das ist nicht wahr das ist das Babyluigi oder das ist Babyluigi ja und mit Hilfe von C kann ich nach hinten gucken um die die für die dies noch nicht wussten okay wo um ein zweiter aber so der erste Platz und eine in die Fresse bekommen und der rote Panzer ist ja auch so dumm und macht das nicht ja leck mich doch tot und Daisy die Angeberin komm das muss jetzt klappen ne das wird doch nicht ich seh es doch schon vor meinen Augen dass das nicht wird ne das ist unmöglich ich hab das nicht mehr wow Pilze komm ne Junge ne 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 das geht nicht ne 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 Daisy haste Pech gehabt du bist was ich bin insgesamt zweiter wollt ihr mich verarschen ach man ey zweiter Platz aber egal muss man sich ja nicht äh beschweren ein Silberner Pokal ist ja auch schön wir ach aber das war auch schon ne aufregende Game Runde ja und dann damit würde ich sagen das war's für heute mit der Game Runde wir sehen uns wir sehen uns bei der nächsten bis dahin tschau Musik 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 Musik